Dann bewerten und sehen, was da übereinstimmt oder gar nicht übereinstimmt. Alles klar, wir sind gespannt bis zum 18. Januar. Und ich sage Ihnen jetzt eine Dame an, die hat immer ein gutes Horoskop, weil sie seit Jahren erfolgreich ist und von Mal zu Mal besser aussieht. Sie heißt Tina Turner. Let's stay together! Oh, loving you forever Is all I need Let me be the one you come running to Oh, never be untrue Oh, baby Love Let's stay together Loving you forever Forever Can't go do the thing I'm so in love with you Whatever you want to do Whatever you want to do Is all right with me Let me be the one you come running to I'll never be untrue Oh, never be untrue Oh, never be untrue I'm so in love with you Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Fingertaner. Let's stay together. So, und wie auf heiße Musik steht, für den habe ich einen Tipp. Dortmunder Westfalenhalle, 17. und 18. Dezember mit Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Ozzy Aspern, Krokus, Quiet Ride, Michael Schenker Group und Def Leppard. Da geht es rund. Auf diesen Schuhen geht es auch ganz einfach, wenn man die Schwerelosigkeit aufheben möchte. Unser Mann im Weltall hat er spielend geschafft und natürlich ist er ein Mann der Woche. Und wir haben gedacht, wir müssen ihn hier haben. Und ich sage Ihnen, es ist gar nicht einfach, einen Mann aus dem Orbit herzubekommen. Wir haben lange daran gearbeitet. Wir haben es geschafft. Herzlich willkommen, Ulf Meerbold. So sieht er aus. Das ist ein Jammer. Jedes Mal macht er mir die Nummer kaputt, wenn er sich wieder zurückbeamt. Aber er kommt ja demnächst zurück, ich glaube am Donnerstag. Und wir warten auf ihn und freuen uns auf ihn. Und ich freue mich auf Sie. Nächstes Mal am 18. Januar. Würde mich freuen, wenn Sie dabei wären. Schönen Dank. Guten Abend und na sowas. Bis dann. Tschüss.